Blomberg TV Liebe ABS-Familie, liebe Blombergerinnen und Blomberger, heute wäre Tag 3 des Schützenfestes, auf dem Terminplan stünden der Große Rundmarsch und die Große Königspolonaise. Auch das wird beides heute leider nicht stattfinden, aber daher möchten wir euch trotzdem ein paar Eindrücke zeigen von den Polonesen der letzten Jahre. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.